Hallihallo und herzlich willkommen bei HeroTube. Wir spielen jetzt Dayset Pantera, weil uns Generous ja so ziemlich langweilig geworden ist. Immer dasselbe osteuropäische Flair dort, war nicht so cool. Jetzt hier Wüsten-Oase gespawnt und da unten, das sieht aus nach Barracks, ich werde gleich mal gucken gehen. Alex kommt dann auch noch mit dazu, der ist halt noch am Runterladen von Pantera. Und ja, wir werden jetzt hier die nächsten neun Tage auf Pantera spielen. Bis dann endlich War C rauskommt, War Set, wie auch immer. Hey, gehst hier raus, hallo. Oh nein. Jetzt kann ich wieder durch die Tür nicht gehen. Jetzt geht's auf einmal. So, ja, und da werden wir dann hier zusammen spielen. Was ist denn hier los? Die Türen sind zu klein, da kommen wir nicht durch. Ah, der kann hier drin rennen, was? Wie, wo? Wieso kann der hier drin rennen, der Arsch? Nein, ich will hier raus. Lass mich hier raus. Aua, ich werde voll vermöbelt. Kommen wir nicht raus. Gibt's denn nicht. Das ist ja Kacke. Was gibt's denn in den Scheiß-Barracks nicht. Ich hab's hier gedacht, ich find hier mal, sie knifften und so. Was find ich? Sardinen-Dosen. Na gut, eine haben wir ja noch. Hier sind bestimmt jetzt die übelsten Wummen da in der hier. Wummen jetzt drinnen und dann ist es voll los. Nö. Oh, nö, komm, hau ab da. Ist doch doof jetzt. Ah, siehste. Zack, ist er draußen. So, jetzt steht die Frage, renne ich jetzt die Straße da lang, da kommen nur Häuser und das sieht irgendwie aus nach Fabrikgelände. Jetzt wurde ich übs geschlagen, weil ich... Dieser Scheiß-Zaun hier kann ich nicht durch. Ja, aber wo sitzt der? Der muss ja irgendwo sitzen. Kommt durch den Scheiß-Zaun nicht durch, Alex. Ah, hier komm ich. Nö, das sag ich euch gleich, wenn ich abgeknallt wäre. Gehst du jetzt in Heli oder was? Bist du das, Tobi? Ich renne hier lang. Bist du im Tower oder was? Nö, ich renne um den Heli rum. Ja, okay. Trägen wir ein? Ich bin jetzt auch gleich da. Hier, ich bin hier, ich bin hier hinter dir. Ja, mach mal, schlafen wir mal den Monster. Ah, sitzt ich drin, doch. Sitzst du drin? Ist jetzt auch drin. Ja, aber ich kriege ihn nicht gestartet. Ist jetzt auch drin. Wir werden beschossen. Oh, wir werden beschossen. Aussteigen. Von wo wurden wir beschossen? Von wo denn? Ich bin tot. Von wo? Ja, ich bin tot. Ja, aber von wo? Keine Ahnung. Der hat nur eine Cobra, Mann. Du hast eine Fahle. Mach den tot. Ey, da bin ich genau neben Arfield gespawnt. Ich wirst ihm schießen. So, jetzt kann ich endlich was trinken. Hast du ihn getötet? Nein, ich schieße auf Zombies, weil ich in so ein Ding reingelaufen bin. Schießt du immer noch? Ja. Ich höre deine Schüsse, Mann. Max, wo bist du? Nee, ich... Wir sind erst neu gespawnt, also... Wir haben gar nichts. Außer Waffen. Ich bin wieder beim Arfield. Ich bin wieder beim Arfield. Alex. Ja. Ich gehe jetzt zu meiner Leiche in Lootie. Ich habe ja sowieso nichts zu verlieren. Mach das. Ich würde immer noch wissen, wo der Typ ist. Ja. Ja, na, aber wo ist der Typ? Der muss hinter uns sein. Jetzt nicht auf mich schießen. Ich komme hier runter, Grandenberg, ja? Ja, na, sag an, wenn du nah beim Heli bist. Ich bin jetzt... Bin jetzt hier in dem Berg. Ja, ich sehe dich. Ich sehe dich. Dann cover mich mal, während ich mal meine hier Leiche und so loote. Also Tobi kommt von dort, also mein Bruder da. Dort hinten. Ach, ihr seid dort in dem Haus da. Komm ich hier rein, kann ich hier durch? Ja. Ja, Tobi, probier mal den Heli anzumachen. Ja, ich probier's. Und hier, Max, komm mal zum Teddy TS rein, weil das ist besser. Da höre ich dich auch. Ah, als Pilot. Der steigt nicht ein. Er hat beschossen. Ja, guck von wo, von wo, von wo, von wo. Wir müssen ein bisschen rum, von wo. Ich höre es, aber... Der hat ein Heli getroffen. Der hat ein Heli beschädigt, der Arsch. Ich weiß nicht von wo. Jetzt hat er mich getroffen, aber volle Möhre. Ich blute. Max. Wo ist Max? Brauch. Kurz Feuerschutz. Bist du im Heli, Tobi? Nö, ich bin hier neben Atran in der Barrack. Ich geh jetzt kurz in meiner Leiche. Deck mich mal. Bist du, hast du geschossen? Ja, ich schieße die Zombies ab, die zu dir kommen. Okay. Ich werd beschossen. Immer noch. Immer noch. Siehst du von wo? Nö, ich seh nicht von wo. Aber wenn er dich nicht trifft, dann... Ja, wir wissen das ja hinter uns ungefähr. Wow, 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 wow. ich bin gleich tot dann geh in die Barrack komm wir gehen hier in die Barrack komm ich verliere die ganze Zeit Blut komm ich geh in die Barrack rein ich steck den Eingang hier verbinde mich mal bitte die klitschen hier voll rum meine scheiße ist hier den einer habe ich den Typen jetzt gefunden ne der ist aber hinter uns ungefähr wo ist ja gut das ist schon mal anfangen Alex mach mal dein Ding da aus ich hab's aus ich hör mich selber ist voll schwul Max hast du dein Diary General aus? was heißt das? na dieses Speed über Dayset ach so ja ich glaub schon na Alex ich hör dich ich hör mich selber über dich ich geh jetzt mir ein Bloodpack holen du gibst mir dann mal ein Bloodpack hm ich brauch einfach eins und zwei ich auch ach so du hast eins hier kommt wieder Zombie ich bin jetzt auch wieder sehr der complete muss ich da gar nicht stehen ich stehe wieder jetzt hol mir mal jetzt die Mediküste mal rein der dürfte doch langsam keine Muni mehr haben der Typ hier ist alter 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 hier sind übelste Waffen drin alter Noah labert ja es ist ne Waffenkiste ja ich hab ne 1185 ja dann siehst du ihn dann siehst du ihn komm wieder her oder ich komm zu dir ne ich bin doch hier ich bin doch genau vor dir Alex ach ne ach so das bist du Max alles klar da ist ein übelstes Zeug drin könnt ihr euch übelst equippen man ja witzig ok warte mal ich hole mir mal ein äh S50 TWS ich seh ihn oh shit wer schießt da schießt mal den Zombie ab man ich hab ihn ich hab ihn sauber so als wir dann den Camper endlich ausgeschaltet hatten ähm hat Alex probiert den Heli zu starten und ähm ist dann nach kurzem Regen auch leider abgestürzt weil der Hacker ja so wie wild da drauf umgeballert hat und hat damit den Heckrotor beschädigt und da hat der Heli sich einfach nur oben im Kreis gedreht und ja ist dann abgeschmiert Alex konnte sich grad noch so retten und wir sind dann auf dem nächstgelegenen Berg geflüchtet ja und das seht ihr jetzt ja gut danke ich brauch wieder hab du was für mich Munition ja du kannst ja was dann davon ich brauch auf jeden Fall Blut also ich hab ja AS50 nur die 5 Rounds ja da gehen aber auch die M107 Rounds rein deswegen besser mach noch mehr Schaden also damit kannst du keine Hubschrauber uns abknallen da kannst du schon aber das macht dann keinen Schaden so jetzt großen Rucksack und wieder herkommen ja bin ich auf wer braucht jetzt da sind Häuser also ich brauch Bluntback brauchst du auch eins ich ne ich brauch was hat jemand noch ein Gilly? ne ne äh dein Freund war ein ein was? ein Gilly ob du noch ein Gilly hast ja im Rucksack ich kann dir keine Hubschrauber zu geben hier ist ein Pankeller da ist kein Nix gut hast du Tobi? ja ich hab oh danke Max guck mal darunter die Zombies wie die sich auch das sieht ja geil aus ich hoffe mein Rucksack müssen wir uns eigentlich ein nach dem anderen weg snipen ähm Max willst du die M107 ich hab hier M107 im Rucksack also die Magazine ah ich mach mal ein bisschen Schuss ich hab geschossen willst du? ich hab geschossen und ich geh's wieder dann machst du ich verpasse den Headys was machen die zum Meute der Kamata ich hab ein bisschen Angst dass dieser eine Chip dann auch wiederkommt ja ja lass jetzt mal ich zieh mir mal ein Gilly kurz an ja gut warte mal ich komm auch kurz auf die Karte ob wir auch wurden Supermarkt ja praktisch ja da ist ja eine relativ große Stadt dann auch da ist ein Supermarkt ja klar da ist ein Supermarkt ja ja gut kriegen wir da mal erstmal hier Starro, Selo können wir ja gucken das ist ein Supermarkt